Eine der am weitesten verbreiteten Überzeugungen, die sich in fast allen Religionen und spirituellen Systemen findet, ist die, dass wir in einer wunderbaren Welt leben, entworfen von einem wohlwollenden Gestalter, geschaffen von einem heiligen, liebenden und perfekten monotheistischen Schöpfer. Das Universum wird als eine Universität angesehen, eine materielle Dimension, in der wir unsere Wünsche manifestieren, Lektionen lernen, Informationen und Erfahrungen sammeln, wachsen und uns zu etwas Besserem entwickeln und später an einen besseren Ort gehen können, indem wir unser Karma entwickeln, in Übereinstimmung mit bestimmten Geboten leben oder, wenn wir genug Glauben haben, uns Unsterblichkeit in einem himmlischen Reich nach dem Tod mit anderen vervollkommenden spirituellen Wesen versprechen. Im Allgemeinen gehen diese Behauptungen mit dem Glauben einher, dass diejenigen, die ihre Wünsche nicht verwirklichen, sich weigern, Lektionen zu lernen, ihr Karma nicht entwickeln, nicht in Übereinstimmung mit den Geboten leben oder nicht genug Glauben haben, zu schier endlosen Reinkarnationen oder, schlimmer noch, zu einem ewigen Aufenthalt in der Hölle verdammt sind. Hinduismus, Jaiismus, Buddhismus und andere östliche Religionen lehren, dass wir hier möglicherweise hunderte oder tausende Male reinkarnieren, um Lektionen zu lernen und unser Karma zu verfeinern, bis es uns schließlich erlaubt wird, in eine höhere himmlische Dimension aufzusteigen. Das Judentum, das Christentum, der Islam und andere westliche Religionen lehren, dass wir nur einmal hier inkarnieren, dass wir aber durch unseren Glauben und die Einhaltung bestimmter Gebote ebenfalls die Möglichkeit haben, in eine höhere himmlische Dimension aufzusteigen. Sogar die New Age Bewegung und die meisten anderen esoterischen spirituellen Systeme teilen diesen grundlegenden Glauben, dass unsere materielle Welt ein im Allgemeinen positiver Ort ist, der zum Lernen und Erfahren geschaffen wurde. Fast keine formale Religion oder Metaphysik, mit Ausnahme der alten Katara und Gnostiker, hat auch nur die Möglichkeit in Betracht gezogen, dass diese Realität ein absichtlich negativer Ort sein könnte, der von einer bösartigen Entität geschaffen wurde. Wenn Gott als allwissend, allmächtig, allgegenwärtig und ein perfektes Wesen definiert wird, das vollkommen liebevoll und wohlwollend ist, warum sind dann seine Schöpfungen so erbärmlich unvollkommen? Warum sollte ein gesunder Gott Psychopathen, Soziopathen, Raubtiere, mörderische Wahnsinnige, Serienvergewaltiger und andere Geisteskranke erschaffen? Warum ist alles der Entropie, dem Altern, der Krankheit, dem Leiden und dem Tod unterworfen? Warum hat Gott Parasiten wie Hakenwürmer, Ringelwürmer, Bandwürmer und Läuse erschaffen? Warum die Notwendigkeit von hautfressenden Pilzen, organzerstörenden Krebsarten, krankheitsverursachenden Bakterien und so vielen anderen chronischen und degenerativen Krankheiten, Giften und Toxinen? Warum hat Gott eine solche Vielfalt an schrecklichen und quälenden Naturkatastrophen geschaffen, von Tsunamis, Tornados, Wirbelstürmen, Erdbeben, Hagelstürmen und Vulkanausbrüchen bis hin zu Dürren, Hungersnöten, Seuchen und Pestilenzen? Warum existiert alles in einer räuberischen, hierarchischen Nahrungskette, in der das Leben sich von Leben ernährt und ständig töten muss, um zu überleben? Warum haben wir keine Erinnerung an irgendetwas vor unserer Geburt in dieses Reich und warum wird uns nie eine klare und unbestreitbare historische Erklärung, Anleitung oder ein Zweck für unsere Existenz hier gegeben? Die meisten Menschen antworten schnell, dass der Grund dafür ist, dass wir Schmerz haben müssen, um Freude zu schätzen. Wir müssen Hass haben, um Hass von Liebe zu unterscheiden. und wir müssen Yin haben, um Yang zu verstehen. Die Welt ist voll von Dichotomien und polaren Gegensätzen, damit wir in der Lage sind, die volle Tiefe und Breite der Möglichkeiten zu erfahren. Obwohl ich zustimme, dass ein gewisses Maß an Negativität notwendig ist, um zu differenzieren, zu bewerten und mit Positiven auszugleichen oder abzugleichen, dann würde ich argumentieren, dass diese Realität unfairerweise zum Negativen hin verzerrt ist. Ein Beispiel. Stell Dir die genussvollste Erfahrung vor, die man sich überhaupt vorstellen kann, sei es jetzt das köstlichste Festmahl, ein aufregendes, lustvolles Abenteuer oder eine verlockende, lustvolle Fantasie. Stell Dir vor, Dir wird eine volle Stunde dieser genussvollsten Erfahrung gegönnt, die man sich vorstellen kann, aber mit einem sehr wichtigen Vorbehalt. Nach einer Stunde der genussvollsten Erfahrung der Welt musst Du dann eine volle Stunde der schmerzhaftesten Qualen der Welt ertragen. Das bedeutet Knochenbrechen, bei lebendigem Leibe kochen oder verbrennen, Brandmarken, kastrieren, schneiden, häuten und geißeln. Das bedeutet mittelalterliche Instrumente wie eiserne Jungfrauen, Geißeln, Peitschen, Dreschflegel, sizilianische Bullen und Würgepfähle. Würdest Du Dich freiwillig bereit erklären, eine Stunde solch schrecklicher Folter zu ertragen, wenn Du dafür eine Stunde des besten Vergnügens der Welt erleben könntest? Ich habe noch niemanden getroffen, der ehrlich sagen könnte, dass er sich freiwillig auf ein solches Angebot einlassen würde. Wenn er eine Stunde lang das schönste Glück der Welt genießen könnte, danach aber auch nur fünf Minuten lang entsetzliches Leid ertragen müsste, wie zum Beispiel bei lebendigem Leibe gehäutet oder gewaltsam ausgeweidet zu werden, da kenne ich niemanden, der ein solch mieses Angebot annehmen würde. Das liegt daran, dass die Kluft zwischen Schmerz und Vergnügen, die hier auf der Erde möglich ist, eher einem Abgrund gleicht. Die angenehmsten Vergnügungen, die man sich vorstellen kann, verblassen und verschwinden in der Bedeutungslosigkeit, wenn man sie mit den ekelhaften und entsetzlichen Schmerzen vergleicht, die hier möglich sind. Man betrachte das Vergnügen, das ein Raubtier beim Verzehr seiner Mahlzeit empfindet, im Vergleich zu den Schmerzen der gefressenen Beute. Der glückliche Löwe erfährt zehn Minuten milder geschmacklicher Befriedigung, während das unglückliche Reh die extreme Qual erfährt, bei lebendigem Leibe gefressen zu werden, wobei Haut und Muskeln aufgerissen, Knochen gebrochen und verstümmelt, Gliedmaßen abgerissen und das Leben vorzeitig beendet wird, und das alles für ein krankes Spiel des Überlebens des Stärkeren, das von einem angeblich liebevollen und wohlwollenden Schöpfer ins Leben gerufen wurde. Menschen haben eine hohe Fähigkeit zur Selbsttäuschung, vor allem wenn es um Wohlfühlantworten auf unbequeme Fragen geht. Wir neigen auch dazu, uns an Dinge, Menschen und Ereignisse positiver zu erinnern, als sie tatsächlich waren. Diese psychologische Tendenz, die als rosige Rückschau bekannt ist, ist eine kognitive Verzerrung, die bei den meisten Menschen zu finden ist und sie dazu veranlasst, sich an die Vergangenheit positiver zu erinnern, als sie in Wirklichkeit war. Ist es möglich, dass die meisten Menschen auch unter einer ähnlichen kognitiven Verzerrung leiden, die sie dazu veranlasst, die reichlich vorhandene Negativität in dieser Welt herunterzuspielen? Könnte diese metaphysische rosige Rückschau die Menschen blind für die unnötigen Übel und das unerklärliche Leiden hier machen? Howdy Mikoski schrieb, Eine weitere Sache, die offensichtlich werden sollte, wenn man sich diese Realität ehrlich ansieht, ist, wie leicht wir alle getäuscht werden. Sobald man erkennt, dass alle großen Organisationen, sei es die Regierung, die Medien oder die Werbung, von Menschen geführt werden, die darin geschult sind, zu täuschen und zu manipulieren, dann wird deutlich, was aus unserer Realität geworden ist. Dem hermetischen Prinzip wie oben so unten folgend, Wäre es eine Überraschung, dass die Astralwelt nach dem Tod eine reine Täuschung ist? Arthur Schopenhauer schrieb, Jedenfalls wird man, auch wenn es einem einigermaßen gut ergangen ist, je länger man lebt, desto deutlicher spüren, dass das Leben im Ganzen eine Enttäuschung, ja, ein Betrug ist. Wenn zwei Menschen, die in ihrer Jugend befreundet waren, sich im Alter wiedersehen, nachdem sie ein Leben lang getrennt waren, wird das Hauptgefühl, das sie beim Anblick des Anderen haben werden, das der völligen Enttäuschung über das Leben als Ganzes sein. Denn ihre Gedanken werden zu jener früheren Zeit zurückgeführt, als das Leben noch so schön schien, als es sich im rosigen Licht der Morgendämmerung vor ihnen ausbreitete, so viel versprach und dann so wenig erfüllte. Dieses Gefühl wird jedes andere so vollständig überwiegen, dass sie es nicht einmal für nötig halten werden, es in Worte zu fassen, sondern es wird auf beiden Seiten stillschweigend vorausgesetzt werden und die Grundlage für alles bilden, worüber sie zu sprechen haben. Wer zwei oder drei Generationen erlebt, ist wie ein Mann, der irgendwann auf einem Jahrmarkt in der Bude des Zauberers sitzt und Zeuge der Vorstellung wird, die zwei- oder dreimal hintereinander stattfindet. Die Tricks waren dazu gedacht, nur einmal gesehen zu werden, und wenn sie keine Neuheit mehr sind und nicht länger täuschen, ist ihre Wirkung dahin. Um herauszufinden, ob die Erde eher einer Schule oder einem Gefängnis ähnelt, sollte man sich zunächst die wichtigsten Unterschiede zwischen den beiden Einrichtungen vergegenwärtigen. Schulen sind Orte höherer Bildung und Entwicklung, während Gefängnisse niedrige Orte des Überlebens und der Buße sind. In Schulen bestehen die Schüler entweder ihre Prüfungen und machen ihren Abschluss, oder sie scheitern und versuchen es weiter, während die Insassen in Gefängnissen einfach ihre Zeit absitzen müssen, egal wie. Der wichtigste Unterschied ist jedoch, dass Schulen die Möglichkeit bieten, nicht teilzunehmen oder auszusteigen, während dies in Gefängnissen nicht der Fall ist. Wenn wir diese Schule des Lebens nicht einfach verlassen und nach Hause gehen können, beweist dies, dass es sich nicht um eine Schule, sondern um ein Gefängnis handelt. Wie fair ist ein Lehrplan, wenn der einzige Ausgang hinter Hunderten oder Tausenden von Reinkarnationen verschlossen ist, in denen wir unser Karma langsam verfeinern, bis wir ein einziges perfektes Leben in dieser äußerst unvollkommenen Welt führen. Wenn das Universum eine Universität sein soll und wir alle einfach nur hier sind, um zu lernen, zu wachsen und uns durch mehrere Leben spirituell weiterzuentwickeln, warum werden wir dann als leere Tafel geboren, deren Erinnerungen bei jeder Inkarnation vollständig gelöscht werden? Welche Art von Bildung sollen wir erhalten, wenn unsere Erinnerungen nicht durch jedes Leben hindurch beibehalten werden? Die Menschen zu zwingen, ohne ihre Erinnerungen an frühere Leben zu reinkarnieren und eine Verbesserung zu erwarten, ist so, als würde man einen Hochschüler mit einer Lobotomie zurück in den Kindergarten schicken, in der Hoffnung, dass er beim nächsten Mal seinen Abschluss macht. Wenn die Erde wirklich eine Schule ist, deren Zweck es ist, Lektionen zu erteilen und uns zu helfen, zu wachsen, dann ist das Löschen des Gedächtnisses eines jeden Schülers, jedes Mal, wenn wir eine neue Klasse betreten, völlig gegensätzlich und mit diesem Ziel unvereinbar. Außerdem gibt es weitaus freundlichere und effektivere Methoden des Lehrens als die zahlreichen Arten von negativer Verstärkung und vergeltender Bestrafung, die es in der Gefängnisschule Erde gibt. Wenn wir von einem gesunden, vollkommenen, allesliebenden und allmächtigen Gott erschaffen wurden, warum sollte ein solcher Gott dann überhaupt gefallene, sündige, unvollkommene und unwissende Wesen erschaffen? Warum sollte Gott diese Wesen dann in ein riesiges Disziplinarium voller verschiedener Formen körperlichen Leidens, geistiger Qualen und emotionaler Qualen stecken, nur um ihnen Lektionen zu erteilen? Und wenn die Schüler ihre Abschlussprüfungen nicht bestehen, dann schlägt Gott ihnen das so heftig auf den Kopf, dass die Erinnerung an alles, was sie im Unterricht gelernt haben, ausgelöscht wird und zwingt sie, die Schule von vorne zu beginnen. Ein allliebender, allwissender, allmächtiger Gott könnte sicherlich einen besseren Weg als diesen finden. Howdy Mikoski schrieb, Es dauerte nicht lange, um zu erkennen, dass dies keine Schule ist, sonst würde man sich an seine früheren Inkarnationen und die gelernten Lektionen erinnern. Ein wichtiger Aspekt, den die meisten Nahtoderfahrungen offenbaren, ist, dass die Rückkehr zur Erde und in einen menschlichen Körper die oben erwähnte Gedächtnislöschung beinhaltet, bei der alles aus dem vorherigen Leben vergessen wird. Das allein zeigt schon, dass dies kein Ort des Lernens und des Wachstums ist. Wenn du eine Brennnessel ohne Handschuhe anfasst, dann wird deine Hand gestochen und es tut weh. Daran erinnerst du dich und von da an trägst du Handschuhe, wenn du deine Brennnessel pflücken willst. Das ist Lernen. Das Erinnern ist ein wichtiger Schritt im Prozess. Aber wenn du bei jeder Inkarnation zurückgehen musst, um die Brennnessel zu berühren, um herauszufinden, dass sie sticht, dann ist das kein Lernen oder Wachstum, sondern Wahnsinn. Das ist unsere Realität. Wenn wir uns wirklich daran erinnern könnten, wie viel Leid wir ein Leben nach dem anderen durchgemacht haben, hätten wir unsere Reinkarnationen schon vor langer Zeit beendet. Die Falle kann nur funktionieren, wenn das Gedächtnis ausgelöscht wird. Außerdem, wenn jemand tausend Leben hinter sich hat, dann muss er doch inzwischen alles gelernt haben. Wenn man bedenkt, dass die meisten dieser Leben mit intensivem Leid verbunden waren, braucht man dann wirklich 997 von tausend Leben voller Schmerz, um zu lernen? Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich habe in der Schule besser von den Lehrern gelernt, die freundlich waren, die sich Zeit für mich genommen haben und mich ermutigt haben, kreativ zu sein. Und nicht von jemandem, der mir ständig mit einem Stock auf den Kopf schlägt. Und nicht von jemandem, der mir ständig ist, wie großartig sind, als ich mich auf den Ich- und ich- und ich die,